sonnige grüße was möchten dir die karten jetzt mitteilen der richtige zeitpunkt der göttliche zeitpunkt es geht in deinem leben es geht jetzt um den richtigen zeitpunkt und die karte sagt jetzt ist der richtige zeitpunkt jetzt wenn nicht jetzt wann dann mach es tue es setze es um es geht vielleicht um ein projekt um eine angelegenheit es geht vielleicht um etwas was du unbedingt machen willst und du hast schon die ganze zeit überlegt soll ich soll ich nicht und diese karte sagt mir ja das ist jetzt der richtige zeitpunkt und dann um damit anzufangen um das umzusetzen um genau diese schritte zu unternehmen ja das ist jetzt genau der richtige zeitpunkt für dich